Ich will leben! Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein Witz! Alles erwischt und hat er mich in so ein kleines Ministückchen gesehen, oder was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Und wieder alles von vorne! Ach ja, genau, schon wieder gesehen. Ach, der da oben hat mich gesehen, oder was? Hier, deine Mutter hat dich gesehen hier. Nein, du stehst erst nicht auf. Geh gefälligst, drauf. So, überhaupt kein... Hey, komm, ich hab die ganze Zeit ducken gedrückt gehalten. Aber nein, du willst dich nicht ducken, ne? Nein, du willst dich nicht ducken! Nein, so überhaupt nicht! So überhaupt nicht! Mann! Boah, ich hasse das ja. Man steckt so viel Mühe, darin, das halbwegs gut zu machen wenigstens. Wenn nicht gut, dann wenigstens halbwegs gut. Nein! Nein! Er ist es! Zu mir! Ich hab's! Oh, ja, zu mir! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Gerade rege ich mich wieder auf wie so ein kleines Kind. Hey, Versager! Bewegt deinen Arzt! Mann! Schass ist! Lass jetzt nochmal... Den Satz jetzt nochmal zu vollenden. Man strengt sich so an und gibt sich so viel Mühe und steckt da so viel Zeit rein, um das gut zu machen. Und der Wesens ist halbwegs gut. Und dann... So ein kleines Missgeschick und man muss alles von vorne anfangen. Alles nochmal neu. Kein Checkpoint, gar nix. Boah! So ehrlich, warum gibt es da keinen Checkpoint an der Stelle? Er spielt hier nicht auf schwer oder sonst was. Hat er irgendwelche Challenge-Sache? Nein, auf normal! Das sollte doch bitteschön... ...funktionieren! Ich schnapp's halt echt wegen der Zeit, die ich da halt reingesteckt hab. Schon, ne? Das gefühlt halt echt so... ...so viel Zeit ist, die ich da reingesteckt hab. Zurück an die Arbeit! Alles im Blick vor Ort! Und... ...ja... ...scheinbar war es ein Fehler... ...da den erstmal bis hinten hin zu prügeln. Bis an diese Stelle zu prügeln. So, dass dann halt nochmal lauter Gegner da waren. Vielleicht sind dann keine Gegner da, wenn ich ihn erst da hin prügele. Wenn ich alle Gegner weg hab. Vielleicht kommen da nicht nochmal welche. Vielleicht ist dann nur er da, während... ...dieser Geiseln da. So. So. Das ist auf jeden Fall jetzt mal weg, so. Eckendeckung. Das ist ja teilweise schon auch blöd, ne? Das quasi mehrmals... ...gemacht haben zu müssen. Och, ja, du... Ey, nett! Mach doch mal die... ...kriegst du es mal hin? Ach. So. Das erst mal... ...erledigt. Ich weiß ja nicht, aber... ...ah doch, da sind Gegner. Schnell mal weg hier. Das gibt's doch nicht. Ja, warte. Kein... ...jammer. Noch nicht? Okay. Irgendwas läuft hier gerade anders als vorher. Und es sind ein Haufen Gegner da. Ah, warte mal. Das ist... ...ä... ...erledigt. Wenn wir ihn erledigen können. Nein, aber komm. Also, mach nicht. Ach, ja. Hey, Versager! Verbieg deinen aus! Keine Sorge, wir machen das. Ja, wir machen das. Zurück an die Arbeit. Kein Problem. Na jetzt... Du gehst jetzt nicht da runter. Komm. Lass den Quatsch. Ihr seid alle nutzlos. Nutzlos! Oh, kommst du hier lang? Cool. Ja, wahrscheinlich. Heilig. Dann kommt noch vorbei. Genau. Lauf nur weg. Okay. Behalten euch mal wie Männer. Wir drehen hier alles auf links bis wir ihn am... Nein, keine Ecke und Deckung jetzt. Ich muss jetzt erstmal verschwinden. Ich will leben. Ja. Coole Sache. Auf jeden Fall. Coole Sache. Ich habe drei Kinder. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte. Ich will leben. Geh doch da runter. Zeig dich zusammen. So, hier wird auf jeden Fall mal nicht entdeckt. Dafür habe ich mich nicht gemessen. Nein. Ich habe drei Kinder. 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 Steh auf. Steh auf. Du Scheißkerl. Oh, ne. Geil. 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 Das das jetzt so weit geklappt hat. Wahnsinn. He, 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 ich das nimmst gerechtes. Vor allem das es nur noch diese drei waren. Holla die Feehihi. Hm. Ja, der dreht sich jetzt hier ständig um. Vor allem, ob ich das von oben machen könnte. So, das sollte jetzt so ja eigentlich gehen. Tu's nicht! Ich hab drei Kinder! Oh, la. Angesicht zu Angesicht. Endlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir furchteinflößender vorgestellt habe. Du hast Gotham lange genug terrorisiert. Wenn das Schicksal heute meinem Tod vorsieht, dann soll es so sein. Aber mach es bitte kurz. Mach es bitte kurz. Stufeneinstieg. Ja, cool. Endlich haben wir das hinter uns, du. Ach, ich hab Profi. Ja. Vielleicht lautet ein Blablub hier. Kann man sich angucken. Irgendwie ist das jetzt gerade nicht. Oh, da ist noch was Neues. Nein. Ach, der Hutmacher. Ja. Und wer ist das? Ach, Bane. Da haben wir natürlich auch noch ein paar Infos. Es heißt, dass das, was dich nicht tötet, stärker macht. Aber das, was dich stärker macht, kann dich oft töten. Sucht ist eine Schwäche. Sie muss überwunden. Okay. Passt. Ähm. Warte mal. Warte mal. markieren, aber ist das hier drin? Ich komme auf jeden Fall nicht da an der Stelle raus. Oder durch. Ja, da drüben ist ja auch der Ausgang. Aber das Daten-Dingens Meine Güte, ärgert mich das, dass ich bei diesem Kampf so dämlich angestellt habe. Und ja, vielleicht war er auch tatsächlich einfach ein bisschen schwieriger als sonst. Hoppla, nein. Ich wollte nach draußen gehen. Puh. Schauen wir mal gerade, ach so, Verbesserungen. Oh, war da noch irgendwas Spannendes? Äh, das gar nicht. Äh, unterstützte Verbesserungen? Äh, unterstützte Verbesserungen? Wärmebildverschleierung-System. Verpessere deinen Anzug mit speziellem Tarnmaterial, um dein Wärmebild zu verschleiern und dich für Infrarot-Sichtgeräte unsichtbar zu machen. Oh. Cool, was ist dat? Haben wir doch schon länger, oder? Aber das das klingt interessant. Was haben wir hier noch? Äh, ja, nee. Ah, da krieg ich, hab ich jetzt, äh, auch was gekriegt. Birdclaw and Waffnen. Ähm, was auch immer ich jetzt da genau gekriegt hab. Ähm, ja gut, da da muss ich erst noch mal Sachen für machen. Die krieg ich nicht einfach so freigeschaltet. Aber hier, das da, nein, halt, stopp. Wieso bin ich jetzt hier? Hat er nicht... Hier, Wärmebild Zeug. Wärmebild Schleier auch nicht. Warte mal. Das ist das ja gar nicht. Ah, das muss ich erst noch freischalten. Ähm, warte mal. Schalte, ich ist über das Ding frei. Wo muss einfach das mal? Das, äh, will ich nämlich haben. So. Mal gucken, wann ich den nächsten, äh, Punkt kriege. Ach, das ist richtig. Da war ja noch so ein Ding. das hier. Mal gucken, das ist hinter mir irgendwo. na, 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 na. Weihnachten ist vorbei. Als Maul. Und da wieder diese Gitar einfach mitten in dieser Passage. ich will schenken. Schon gehört? dass möglicherweise hier ist gleich irgendwo ist das ist auch tatsächlich drin ich weiß es nicht erwarte mal hier ist hier ist was da ist es auch schon richtig durch diese lücke und da hübsch super prächtig so und jetzt schauen wir doch mal macht so eine kleid übungs dingens hier sind auch noch eine ganze menge von diesem netzwerk release aber wir machen jetzt ja wir gehen zur story aufgabe so mal gucken ob ich das hinkrieg hier lange genug zu gleiten dass ich zur brücke rüberkommen über das schien mir ist nicht so der brücke weglocken damit ich mich nähern kann flugroute oh